Oh, ist das echt ein Mädchen? Oh Gott, nein. Weißt du, was Pidizzle macht? Wenn das Kind erwachsen ist, dann mach ich mich an sie ran. Dann mach ich mich an sie ran. Ich hab auch einen schönen Namen für sie. Moin Dottel, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Wir sind momentan auf Brautschau für den guten German Let's Play. Pidizzle guckt sich auch nochmal so ein bisschen um. Also, da gibt's ja so ein paar... Ja, aber warum? Was ist denn mit deiner jetzigen Frau? Ja, ach, da gab's noch ein paar Probleme, Mann. Ich kann darüber... Kate... Ich hab da so Gerüchte gehört über Kate. Also, ich möchte da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Es gab so ein paar Probleme. Wir waren schon bei der Eheberatung und... Ach, und dann suchst du dir eine neue, bevor du dich erscheinen lassen. Nein, 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 nein. Ich guck einfach mal. Weißt du, ist das ja nicht verboten. Pidizzle guckt mich die ganze Zeit an. Oh, Alice. Aber die finde ich... Aber das wär eigentlich praktisch, wenn du dir eine Wache suchst. Die könntest du direkt mitnehmen und dann könnt ihr die direkt mal so ein bisschen für uns... ...so ein bisschen Wache schieben. Ja, aber kann die nicht mal die Rüstung ausziehen? Was ist denn das? Oh, hier vorne sind auch noch ein paar Leute, falls sie dir nicht gefallen. Wo bist du denn? Ich bin über die Brücke gegangen. Ich bin ja noch auf der Suche nach dem guten alten Bürgermeister. Wo denn, wo bist du denn? Ja, ich seh dich. Ja, hier. Hi. Ah, hey. Hi. So, hier ist nur ein... Oh, hier... Alter, was ist denn mit ihm los? Wer ist denn mit Tess, Manuel? Tess weiß nicht mal, wie man eine Brille aufsetzt. Alter. Die ist ja lustig. Warum die Bibliothekarin? Was kann die denn? Alter, nee. Spezial? Nee, die kann gar nichts. Mal, dass du wegkommst. Ach, sowas gibt's auch. Ach, sowas. Ah, und da konntest du dann deine Frau arbeiten schicken, oder was? Ja, genau. Bei Spezial kannst du so ein paar Sachen... Kannst du ihnen sagen, so, hey, Leute. Walk, walk. Warte mal, kann man hier so... Höh. Liz! Wie wär's denn mit Liz? Guck mal, die ist doch smart. Mann, aber nicht mit der Rüstung. Echt? Also, wenn du die nicht willst... Ist das die Frau, der Lila, die Metzger? Ja, ja, ist ne Frau. Ja, die ist ne Frau. Also, ich... Hat die da ein Schweinchen drauf? Ich hoffe mal, das meint sie im Positiven. Okay, also die musst du nehmen. Also, ich werde auf jeden Fall Liz... Die werde ich mir schon mal vormerken. Lest du es ganz oben auf der Liste. Ah, hier sind auch nochmal zwei? Okay. Nee, das sind aber... Ah, hier ist ein Haus. Ah, hier ist ein Haus. Hier sind ganz viele Männer. Hier ist Bürgermeister... Oh, was macht der denn da oben? Nee, die. Hallo, Bürgermeister Frosch. Guten Tag. Hallo, Sir. Kann ich etwas für dich tun? Ich bin ein guter Freund vom Professor Ente. Ah, Professor Ente. Toller Wissenschaftler. Ein wenig verrückt, aber ein Experte auf seinem Gebiet. Wieso verrückt? Ach, das wirst du schon irgendwann noch merken. Okay. Wie sieht der denn aus, der Junge? Was ist mit ihm los? Ich weiß nicht, was mit Bürgermeister Frosch, ey. Bei dem läuft. Er hat mich zu dir geschickt, weil es Probleme gibt. Ja, unsere Stadt liegt im Einflussbereich von König Xarod. Seit einigen Wochen haben sich ein paar... Ach, schon wieder Banditen, Junge. Ihr werdet gereckt in unserer schönen Stadt niedergelassen. Sie belästigen unsere Frauen. Leider unternehmen unsere Wachen nichts dagegen, weil sie alle von Xarod bezahlt werden und kein Ärger wollen. Diese Banditen sollten für dich kein Problem sein. Also, hilfst du den armen Frauen in unserem Dorf? Natürlich. Also, ich bin ja... Natürlich, den Frauen, den kann ich kein... Äh... Kein... ...wollen abschlagen. Na klar, wo befinden sich diese Mistkerle? Sie haben sich westlich der Kürbisfelder niedergelassen. Alright, alright. Da gibt es heute noch mal ein bisschen... ...bisschen auf die Ohren. Was machst du hier? Oh, der ist cool. Ist ein fresher Junge. Ja, der ist... Ey, krasse Brille. Lauf... Was ist denn mit der hier oben? Nee. Marvis, die Waffenschmied. Okay. Also, ich war... Ich war... Ich find keine. Also, irgendwie... Bist aber auch wählerisch, Manu. Ich gar nicht. Jetzt ist natürlich die Frage... Ich glaub, da hinten... Da sind wir doch vorbeigesloppt. Da war irgendwo so ein... Warte mal, wir latschen hier mal. Komm mit, Manu. Komm mit. Ja, ich komm. Bin ja eher schneller als du. Achso, weil du immer noch dieses Chicken-Ding hast? Ja. Läuft bei dir. Halte Ausschau nach Kürbisfeldern, Manu. Warum? Weil sich dort die Banditen scheinbar niedergelassen haben. Achso. Und die belästigen Frauen. Und sowas geht gar nicht, Leute. Ohne Witz. Frauen belästigen... Oh, warte. Hier sind Kürbisfelder. Da sind welche. Und hier sind auch noch Frauen. Guck mal hier. Ja, aber mit einem Schwert. Jordan. Also, irgendwie... Also, ich muss ganz ehrlich... Jordan... Hä? Das ist doch kein Mann. Das ist eine Frau. Ja, ja, klar. Das siehst du doch. An den... An den viereckigen Oktaedern. Auf ihrer Brüche. Alter, hier sind ja wieder ein paar Metzger. Boah. Hier sieht komplett gleich aus. Alter, das geht... Guck mal, ein Steinmetz. Wo? Wie sieht die denn aus? Alter. Schau dir mal ihr Outfit an. Aber sie hat einen ziemlich krassen Ausschnitt, oder? Was ist denn los bei ihr? Oh, nicht so geil wie der hier. Oh, die ist ja eine Sü... Ah, das ist... Da, wieder einer mit einem Metzger auf der Brust. Echt? Ja. Ist wieder eine Metz... Unglaublich. Also, ich muss... Hier ist eine Waffenmeister. Guck mal, die ist doch... Ey, Manu, ohne Witz. Die hat richtig schöne rote Haare. Grüne Augen. Wo denn? Wo bist du denn? Hier, hier hinter dir. Hinter dir, ja? Hier, dreh dich um. Hier, hier. Guck mal da. Ah. Ja, aber das sind kurze, lange... Äh, kurze, lange... Kurze, rote Haare. Nein, die gehen doch hier bis an die Schultern. Die gehen sogar weiter bis am Bauch. Das müssen ihre Haare sein. Oh. Ah, stimmt. Stimmt. Mir sind Bandit Horst, Alter. Hier, und bei Spezial muss was stehen, oder was? Ähm, nee, nee. Also, normalerweise hier die Waffenmeisterin Spezial, die kann auch nichts. Die haben wahrscheinlich noch keinen... Guck mal, den könnte ich jetzt... Den Bauer hier könnte ich sogar einstellen. Man kann hier auch... Ähm, was kann ich der denn schenken? Ähm... Ah, warte, warte. Ich geb dir ein paar Dias. Hier. 20 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Ui. Das ist es wert. Alter. Ich geh jetzt ein paar Missits verprügeln. Ach, Leute, Alter. Warte doch, ich will... Wird sie nicht dabei sein? Ja, warte, ich rack den jetzt erstmal barm, Alter. Wenn ich irgisch... Geschenke gebe. Ihr belästigt Frauen, sowas macht man nicht, Mann. Zack. Get down. Euer Eisen nehme ich mit. Hm. Stöcker weg. Alter. Eisen mitnehmen. Alter, sie macht mich richtig. Oh, yes. Na, komm. Was bist du, Alter? Michi? Mach, dass du wegkommst. Zack. Sie sind einfach... Sie sind einfach mittlerweile so ein erfahrener Kämpfer. Sie können nix. Obwohl das Obsidian... Woher hab ich eigentlich Obsidian? Wo haben wir das denn? Ach, wahrscheinlich... Weggesprengt kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, sie lässt sie nicht umarmen und flirten will sie auch nicht. Was? Was machst du denn da falsch, Manu? Fieses nicht. Witze mag sie auch nicht. Hilfe. Jo, ich find die eigentlich ganz sweet. Ich guck mal. Ich guck mal bei ihr. Sie mag keine Dias. Echt? Ich mach ihr nicht mein Geschenk. Alter, und Brot mag die auch nicht. Mal gucken. Da war die Gysal auch nicht. Oh, interessiert und stark ist sie. Oh. Alright, alright. Ich hab alle Herzen verloren. Alle Herzen? Was machst du denn? Stimmung? Kochend. Alter, sie kocht. Einstellen? Nein, sie rastet aus. Freut mich. Was machst du denn mit ihr? Hier ist ein Mönch. Ah, nee, das ist Angler. Wieso rastet sie denn? Was machst du denn da mit ihr, Manu? Keine Ahnung. Sie hasst mich. Hilfe. Okay, also mich mag sie. Jetzt mag sie auch nicht. Hey, ich hab ihr Dias geschenkt. Bei mir mochte sie das nicht. Ich töte sie gleich, ne? Ja, die hat jetzt drei Dias von mir. Nein, nein, also bei mir ist sie, leider bin ich ja scheinbar schon verheiratet. Tut mir leid, also die kann ich nicht nehmen. Stimmt, ey, ich bräuchte auch nochmal einen Ring. Warte mal, ich hab doch hier Eisen. Ich muss nur noch ganz kurz. Äh, ich hab eine. Ja, die muss ich eigentlich nehmen. Guck dir mal ihren Pulli an. Stimmt, die ist perfekt für dich. Warte mal, ich muss mal hier schnell gucken. Ah, hier ist ein Crafting-Table und ich muss schon wieder was essen. Ah, sie mag mich. Ja. Nein, mein Witz mochte sie nicht. Oh. Warte mal. Hier den Dias. Oh. Verlobungsring. Zeig. Ich muss mal gucken. Alter, die muss ich nehmen. Die hat so viele Dias jetzt genommen. Wo ist denn, wo ist denn meine, wo ist denn die, oh, Brie ist auch eine Wache. Marisa. Schöner Name. Ey, das ist nicht wahr. Das, ey, das. Ich hab hier gerade, was, Manu, wie kann das denn so schwer sein? Das ist nicht wahr, ne? Du musst dir doch nur die Dias geben. Da mochte die mich ultra und jetzt hab ich ein bisschen mit ihr geredet und sie hasst mich wieder. Ey, du darfst nicht mit den Frauen reden, Manu, das ist ein großer Fehler. Interagieren, Geschenk. Oh nein. Just what are you trying to do? You're already married. Verdammt. Folge mir mal. Jordan, du folgst mir. Das, das kann was werden. Die hasst mich. Manu, was machst du denn? Du brauchst doch eine Frau. Das ist doch nicht wahr. Ihre ganzen Herzen gehen weg. Sie hasst alles, was ich mach. Manu, 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 Manu. Nein, du darfst ja nicht. Warte mal. Ich zeig dir mal. Du nimmst jetzt diesen Verlobungsring. Hier. Bitte sehr. So. Und du redest nicht mit den Frauen. Das Einzige, was du machst, ist denen Geschenke. Diamanten geben, okay? Ja, aber sie mochte keine mehr. Ja, wenn, wenn sie, wenn die komplett gelbe Herzen haben, dann kannst du mit denen, dann, dann sind die ready to slurp. Nee, sie will, sie ist ja jetzt niedergeschlagen. Stimmung niedergeschlagen. Dann musst du dir, was ist denn mit der mit den roten Haaren, Manu? Ach komm, ja, die hast mich erst recht. Weißt du was? Ich nehm jetzt Levi. Ja, er mag mich. Er mag meine Witze. Händeschüttel mag er auch. Ja, warte, jetzt gib ihm, jetzt geschenkt machen und dann Dias. Ich schenk ihm Dias. Genau, und wenn er komplett gelbe Herzen hat, dann kannst du ihm den Verlobungsring geben. Alter, er hasst Dias. Was ist denn falsch mit dir? Das ist kein gutes Geschenk. Ja, und Brot will er auch nicht. Ey, Alter, was ist hier los? Hä, wieso funktioniert das, wenn ich denn ein Geschenk mache? Junge, der liebt Dias. Ey, Junge, du liebst in einer, äh, keine Ahnung, es ist, er mag meine Witze auch nicht. Flirten, fehlgeschlagen, umarmt. Nee, du darfst, komm Levi, fick dich. Manu, du darfst ihn immer nicht mit den tocken. Was ist denn hier mit Cameron? Oh, die ist ja geil. Okay, ich hab ne neue. Okay, Manu. Und sie hasst mich, wenn ich rede. Geschenk, was ist denn hier? Hör auf, ich geh zu mir. Dias, Dias, Dias. Gelbe Herzen, gelbe Herzen, gelbe Herzen. Ja, jetzt der Verlobungsring. Nee, ich hab alle Dias ausgegeben, Nancy, mag mich voll. Okay, jetzt der Verlobungsring. Ja, wie kann ich sie denn, ah, als Geschenk. Ja, ja, genau. Hey. Und? Bitte nicht ablehnen. Bitte. Loll. Was? Oh, schöner Ring. Oh, warte, ist der für mich? Äh, nein. What? Hast du noch ein paar Dias? Ich hab, ja, du, die kannst, ich hab noch. Manu, wie viel Dias hast du denn rausgehauen? 20. 20? Und du hast immer noch keine Frau? Gott sei Dank haben wir fesche Dia-Rüstung. Alles easy, Leute. Die können wir uns beim Challenger wiederholen, die Dias. Alles easy, bevor sie jemand auch. Das kann doch, Manu, wie... Die wird weggetragen. Alter, was ist denn los hier? Die hasst alles. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist nicht wahr. Ich bin verflucht. Bitte hasst sie. Reden hasst sie. Hände... Oh, Händeschütteln magst du, okay. Sonst hol dir die hier. Warte, Jordan. Ohne Witz. Nee, die nehm ich mir jetzt. Die nehm ich. Ich hab grad den Dias in die reingesteckt. Ähm... Wie willst du die denn noch kriegen? Das geht gerade, komisch. Aber sie gibt mir jetzt mal Dias, bitte. Die, die ist wieder dabei, mich zu mögen. Die hat schon zwei... Ja, aber sie wollte dich doch nicht heiraten. Ja, aber das kann ja noch kommen, wenn ich die besteche. Nein, das kann nicht kommen. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Und... Alles voller gelbe Herzen. Nice. Und? Ja. 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 Und dann nach der Hochzeit rede ich mit ihr und jetzt hasst du mich. Nice. Spezial. Oh, küssen mochte sie. Geil. Ja. Ey. Oh Gott. Guck mal, was sie für eine Berufung hat. Ja, sie ist Priesterin. Ich habe nicht gerade allen Ernstes eine Priesterin geheiratet. Den, 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 den. Ja, egal. Ich bin da verheiratet. Was ist los? Bleib hier. Folge mir. So, ich habe auch eine neue Wache. Ja. Ja. Guck mal, was sie macht. Sie hat ihr ein Baby geschenkt. Ein rosa Baby. Du bekommst eine... Oh, nice. Oh, ist das echt ein Mädchen? Oh Gott, nein. Weißt du, was P-Dizzle macht? Wenn das Kind erwachsen ist, dann mache ich mich an sie ran. Dann mache ich mich an sie ran. Ich habe auch einen schönen Namen für sie. Na? Das siehst du erst, wenn es gezeugt ist. Also, wenn es da ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Alter, oh mein Gott. Siehst du das? Was? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber mein Kind ist, glaube ich, schwarz. Das Kind kann gar nicht von mir sein. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht... Oh. Da war das so das Chicken-Pet. Nun gut, meine Damen und Herren. Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir haben es geschafft, German Let's Play zu verkuppeln mit ganz, ganz vielen Diamanten. Das war wirklich eine harde Stück Arbeit. Das war ja unglaublich. Wir haben auch eine neue Wache fürs Dorf, und zwar Jordan. Schauen wir mal, ob da vielleicht was geht. Weil mit Kate ist es momentan schwierig. Und wir haben die Easy-Going-Mizzets geplättet. Und gehen in der nächsten Folge zu Dr. Frosch. Dann werden wir, denke ich mal, wieder zurückkehren. Dann hat hoffentlich Professor Ente schon alles vorbereitet für die Klonmaschine. Sodass wir uns einen neuen Klon snacken können. In diesem Sinne, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung. Verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Haut rein. Ciao, ciao.